Hier ist jemand drin Shit Wie mach ich das denn jetzt Hier ist jemand drin In dem Ding Ich hab keine Granate Knappes Ding Ey die Vector Die wird jetzt auf jeden Fall mehr gespielt Ich sag euch das 18 Jahre alt Nice Oh Oh fuck Geil Das Zweier ist cool Ich mag das Greif zu Solange der Vorrat noch reicht Oh Oh Was 18.10. Ja Der 18.10 Ich wiederhole es nochmal 18.10 50% Aber Die Reifen kaputt Wieso gingen die Reifen nicht kaputt Doch extra auf die Reifen geschossen Na gut Ich hab wahrscheinlich einfach auf den Typen ballern sollen Da wäre schneller tot gewesen Denke ich mal Hier unten muss auch noch einer sein Der ist hier auch angehalten Oh Der hat einen Drop gehabt Oh 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 Dankeschön fürs Vorbeibringen OMG 18 Ey Trefalius, hallo Wobei ich echt kein Fan bin von Red Dot und Rosa Boah, das ist ja genau perfekt angehalten Krass Ich glaube er guckt auf der linken Seite raus Ne, tut er nicht Schallgedämpft da oben Okay Ha Ah Arne Dankeschön Ey Hey Sieh mal an Sofort zugeschlagen Dankeschön Vielen, vielen Dank für den Sub hier Und willkommen Willkommen Kriegen wir mein Herz für Arne im Chat Na dann Dankeschön für den Support Okay, da hinten muss noch einer sein Aber ich will jetzt nicht unbedingt challengen Schade, dass ich hier nur das Vierer hab für die K Sie schleichen sich an Schneiden jemand die Kehle durch Der fällt zum Boden Der schreit Und sie haben wirklich den Anruf zu gehen Ein realer Mord Hat auf jeden Fall schon ein bisschen was abbekommen Der Herr Müssen wir mal gucken hier Oh Also langsam wird's mich ankotzen Wenn ich er wäre Ach naja Sollen wir den leben lassen? Eigentlich nicht, oder? Der muss sterben Oh Wow Wow Hab ich einen Kopfschuss bekommen? Okay Spoon ist ein bisschen cocky geworden hier Direkt mal Karma bekommen Alles klar, ich beherrsch mich wieder Eine Minute noch Na gut, ich würde den Buggy nehmen Aber der wird wahrscheinlich nicht so viel Leben haben Wird gern wissen Von wo ich hier den Hit bekommen hab Was war denn das? Westenschuss Okay Na gut Dann lass mal Lass mal reingehen hier Ach Ich hab doch den Reifen getroffen Na gut Na gut, das ist nicht so schlimm Ah, da hinten Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Wo ist der denn hingeflogen? Okay Ich glaube, der war richtig Desperate für seine Rache, Mann Dafür, dass ich den so oft abgeschossen habe Er wurde auch von oben noch Abgeballert von einem schallgedämpften Typen Der wollte mich unbedingt holen Man hat es richtig gemerkt Unten am Stein ist einer dran Ah, ich glaube, er ist tot, oder? Ich glaube, der ist tot Nee, oder? Sieht ihr nicht? Ich sehe ihn nicht Wieso sehe ich den Typen nicht? Zeit, 40 Sekunden Ich sehe ihn nicht Was? Nee Nee, Leute Da Kann ich jetzt nichts zu sagen Ich sehe den nicht Pa-pam! Pa-pam. Er hat noch in die Richtung hier oben geguckt. Da ist wohl noch einer. Ah ja, ich sehe ihn. Und da kriegt noch einer, oder? Nee. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, ich bin im Sandwich. Sandwich, Leute. Ich muss den killen. Wo ist der hin? Er ist hier nicht mehr. Wahrscheinlich ist er nach hinten weg, denke ich mal. Na gut, dann lasst uns hier ein bisschen warten. Es sind ja noch vier Leute. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt hier schnurstracks reinrennen. Aber wenn da hinter dem Baum keiner mehr ist, vielleicht ganz oben? Was war denn das jetzt für ein Wurf? Okay. Ich wusste nicht, dass ich Training machen muss im Spiel, damit der weiterwerfen kann. 26 Sekunden. Gut. Dann vollboosten und los. Ich mag die eigentlich eher weniger Auto. Naja gut, zu spät. Jetzt muss ich. Der Stein ist nicht drin. Oh fuck. Und es leben immer noch vier Leute. Oh, ich hasse es, mich hinzulegen in solchen Sachen. Bei solchen Sachen. Okay. Da lag jemand. Ach komm. Scheiß drauf. Ey, es leben noch zwei Leute. Wo sind die? Ach, am Stein. Okay, alles klar. Stein. Er hat sich jetzt verraten. Und da unten ist der andere. Na gut. Oh. Oh. Hey. Ist doch eine schöne Runde gewesen hier. Ja. Untertitelung. BR 2018